So, hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Scrabble Nouns mit der Mad Cat und Mia, den Kinsey. Hier ist noch Miley. Wollen wir mal eben mitnehmen, oder nicht? Ich hab ganz vergessen, wie scheiße Miley überhaupt aussieht. Miley ist doch wunderschön. Was findest du? Oh, tot. Was? Maxwell wurde bezwungen? Was soll das denn jetzt heißen? Okay, weiter. Ups, ich hab ihn umgebracht. Ja, Miley ist richtig böse. Wir gehen mal zurück zum Bauernhof, würde ich mal sagen. Ja. Gucken wir mal, was da so los ist. Tschüss. War wohl ein bisschen windig. Ja, war wohl ein bisschen windig. Oh. So, jetzt können wir auch irgendwo hier hin. Ja, wir haben noch voll viel vor. Ja, eigentlich schon, ne? Was ist das überhaupt? Da möchte ich mal hin. Da möchte ich mal hin. Da gibt's keinen Stern. Da gibt's keinen Stern. Nur Splitter. Da gibt's ein Stern. Da gibt's ein Stern. Schrägstrich-Galerien. Da hab ich gerne. Jetzt nichts interessanter an der Unterlinie. Nee. Ich geh, glaub ich mal, kann ich in den Wald? Ich möchte gerne in den Wald. Oder ins Schloss. Krankenhaus. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Warum geht's da nur mit dem Stern? Weiß ich nicht. Willkommen in St. Asterix. S-S-S-Brisks. Wollen wir mal da anfangen. Fang wir gleich von vorne an. Da, die braucht Hilfe. Ich schaffe etwas, womit ich die Operation durchführen kann. Eine Säge, äh, eine Kettensäge. Äh, du bist ja heute richtig kreativ. Ja, ne? Ä-Ettensäge finde ich auch sehr gut. Ättensäge, ja. Ättensäge ist ja auch gut. Du hast immer noch das E-K vergessen. Was? K-E-T-T-N. Ich muss hier so komisch tippen. Um die Ecke. Das Mikro ist im Weg. Ja, Kettenregel, da ist er. Bin ich aber gespannt. Das hat funktioniert. Nein, ich glaube es nicht. Der Patient läuft weg. Das Spiel ist so heftig. Der hat den Stern oder was? Okay. Hilft den Patienten, die... äh, die... in das Krankenhaus kommen. Erzter Auferabdruck. Spaß. Let's go. Hey. Ho. Let's go. Hilft den Patienten, die zum St. Esterisk Krankenhaus gebracht werden. Wow, Familiom, Alter. Oh. Mh, das hat wohl einen Hautausschlag, oder nicht? Wie lässt das in der Salbe? Aufgewinn. Nein. Dann... Sprühen. Sprühen? Seit wann sprüht man Salbe? Hat geholfen. Hat nicht geholfen. Nö, anscheinend du hast dir nur farblich ein bisschen angepasst. Hätscheln noch mal ein bisschen. Mh, warum macht so? Äh, gegen Mittel? Warte mal. Arznei? 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 Ja, der ist ja viel zu einfach. Das Spiel ist gar nicht so schwer. Ach, ich muss das wieder... Ja, hat funktioniert. Arznei hat's funktioniert. Arznei hat's funktioniert. Er hat übernommen im nächsten Projekt auch Arznei schreit und dann auch nochmal Arznei schreit, dann hast du schon lieber Fälle. Nee, warte mal. Zahnpasta! Autsch, das müssen voll Zahnschmerzen sein. Teubungsmittel. PPM. Minenbohrer. Ist das dein Ernst? Gibt's nicht. Magenbohr. Minenlohre gibt's. Geht das? Nein. Hey, ich mach ein bisschen in der Minenlohre. Wie mit der Checker, Mann. Wie mit der Checker, Mann. Wie mit der Checker, Mann. Das war lustig, so. Den Arm rausgelehnt. Ja, Mann. Hey, Ladies, alles klar. Jawohl. Wow. Absteigen. Wie wär's mit einer Zahnbürste? Eine Zahnpasta. Seh ich das richtig? Weil da hat die Katze gerade richtig gefurzt. Oh, es stinkt gerade. Alte Schwele. Was haut der ab? Boah, nächster Patient. Ja, da ist ein bisschen Öl. Raubenschlüssel. Hat funktioniert. Okay. Wuh. Da ist er wieder topfit. Bänder. Was ist das? Das ist ein Buch. Wo ist das letzte Kapitel? Kapitel? Das letzte Kapitel. Ein Kapitel. Was ist mit deinem Kapitel? Kapitel. Was ist mit deinem Kapitel, Captain? Ente. Ne, was hab ich jetzt? Erde hab ich jetzt genommen. Kann doch nicht in die Hand nehmen. Ich schmeißt die Erde weg. Oh, er hat's geworfen. Wie macht er das denn? Warte mal. Kann ich das nicht? Fertiges? Fertiges. Fertiges, gut. Es ist fertig. Es glänzt, siehst du? Ja, jetzt ist es wieder heil. Nein. Es glänzt. Es ist nur fertig. Wo ist das letzte Kapitel? Schluss. Vollständige. Verständige. Verständige. Verständige? Krass, jetzt hüpft es? Irgendwas läuft da schick. Ich komm nicht drauf, was es sein könnte. Ich find's geil. Verständige. Wer versteht? Ich weiß es auch grad nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir einen Tipp kriegen. Meine Geschichte ist nicht vollständig. Wo ist das letzte Kapitel? Neun Versuche noch oder was? Oder neun Minuten? Ähm, ja pfff. Anschluss hatte ich dir ja noch gesagt. Vielleicht. Anschloss, Schleuse, Schlund. Das letzte Kapitel, das letzte Kapitel, das letzte Kapitel. Epilogue ist was anderes, ne? Ne, das ist glaube ich richtig. Prolog ist vorne. Apilogue ist hinten. Ein Eggnog gibt's. Das ist ein Eggnog. Ist das was zu trinken, oder? Wir haben jetzt schon mal Eggnog. Was hatten wir das? Ach, das ist ein Eierpond. Geht's aber auch nicht weiter. Ist er betrunken jetzt? Da. Ah, super. Wer ist das Auto? Ein Autor. Ein Autor. Ich muss nur ein Autor erstellen. Wow. Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Ach ja, richtig. War Wochenende. Er hat's fertig gemacht. Super. Und es hilft weg. Tschüss. Tschau. Warte mal. Wer möchte bestimmt ein Eggnog? Ähm, Mechaniker. Jetzt wissen wir ja, dass wir die Leute erstellen können. Ähm. Da hätten wir auch noch früher drauf kommen können. Zack. Teile. Tada. Ich trinke noch ein bisschen was. Ah, mein Stern. Darauf trinke ich einen. Das ist ja noch eine gute Lücke. Doch, er ist ein bisschen langsamer geworden. So werde ich auch gleich laufen. Ja. Ist ja immer noch... Ne, jetzt nicht mehr. Ähm, ich kann mir hier noch kleine verdienen, ne? Ja, ja. Dann lass mal machen. Na gut. Na, richtig. Lass den Klauen mal helfen. Mir tut mir so leid. Oh. Hilf mir wieder zu lachen. Ein Frotzkissen. Eine Komödie? Ne, falsch geschrieben. Oh. Ein Comic. Ein Comic. Trotzdem ein Ziel bekommen. Kann ich ihm einen geben? Ne. Hilft nicht. Ein Komiker. Und er macht wieder. Die beste Medizin. Yay. Hey. Hey. Ach ne, jetzt ist es wieder runter. Da oben gibts noch weg. Ah, gehen wir mal hin. Die, die, die hämmten wird da oben. Halt die Herzattacke auf. Die Herzattacke. Die Herzattacke greift mich an. Notizblock vergeben. Schackern vergeben. Notizblock... ...Effektivin zu vergeben. Gefangene. Geborgene. 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 Geladene. Gelassene. Gelegene. Geringere. Geborgene. Pilzig nicht geborgene. Friedliche. Wir wollen Frieden stiften. Immer noch auf Gewalt. Oho. Er ist friedlich gestorben. Wir müssen das entsorgen. Ja, geht nicht. Friedlich gestorben. Ja, friedlich und geborgen gestorben. Oh Mann. Ich brauche neue Ausrüstung für das Krankenhaus. Wie wäre es mit einem Kernspintotopograph? Kryptograph. Ein Kryptograph ist, glaube ich, ein Mensch. Da, hast du neue Ausstattung. Nicht? Verstehen sich nicht so gut. Also, die haben nicht diese Chemie. Goldchemie. Für alte Ausrüstung. Ja, und schon geht es wieder. Was macht der König jetzt auf einmal, ne? Ach, der nöchst, der chillt da. So, was können wir denn noch tun? Oben ist noch was. Haben die beiden denn? Wenn ich etwas mit meinen Teamfarben sehe, würde mich das echt motivieren, das Rennen zu gewinnen. Du bist mir doch so ein blauer Vogel. Oh, ein blauer Vogel. Da. Ah, die machen ein Rollstuhlrennen. Ein Rollstuhlrennen, wie cool. Yay. 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 Okay, find out. Find out. Find out, find out. Find out, find out. Und bitte. Einer ist noch. Storch. Ich habe zurückgelassen, was ich dem, äh, was ich dem Transplantationspatienten liefern wollte. Was? Oh, oh, oh. Das geht aber gar nicht. Und jetzt? Und was brauchst du? Herz. Sicher? Ja. Eine Auswahl von Organen. Hat geholfen. Der kriegt jetzt ein Organ. Der kriegt jetzt ein Organ. Irgend so ein random Organ. Mein Baby. Was? Ich habe vergessen, was ich abliefern soll. Wo kannst du mir helfen? Mein Baby. Ich will aber ein Schimpansen-Baby. Oh, geht nicht. Schikanöse? Was ist eine Schikanöse? Das, was? Das ist eine Schikanöse? Sonderlieferung. Oh, guck mal, wie er das mitschleppt. Was ist eine Schikanöse? Was will ich jetzt nochmal aus? Schikanöse, nicht Schnickernöse. Was ist das? Sahnekäse. Oh, lecker. Komm, esst dir Sahnekäse. Geht nicht? Kann ich den nicht essen? Kann ich den so essen? Okay, ich würde sagen, wir machen mal das nächste. Ich möchte gerne zum Schloss. Ich möchte gerne zum Schloss. Dann möchte ich mal kurz zum Schloss. Zum Graf Gänsefüßchen-Schloss. Oh, 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 oh. Willkommen im Graf Gänsefüßchen-Schloss, my Lord. So, Henkunk geht's hier entlang. Die Greife fliegen dort in der Luft. Was ist das? Und die Ox greifen uns dort im Süden an. Kümmert euch um das Problem. Na gut, schauen wir mal, was die von mir waren. Hilfen uns an Wörtern zu herbeizuschauen. Achso, ich soll dir denn auch noch helfen, reinzukommen? Äh, Bauirfen. Kann das nochmal mit, äh... Ah, hier, ich hab ne'ne Idee. Eine Holzschiebe. Ein... Trojanisches... Pferd. Verkleidete Orks. Den Star Warspatter trailer wird raus, sobald Splitter nicht sammelbar sind. Setze das Level zurück, bevor diese Splitter eingetammelt werden. Was? Kann ich jetzt noch fallen? Was? Der macht dich fertig. Geh ja hin, helf den mal. Nein, der macht mich auch fertig, wenn er so rauskommt. Ja, dann gehst du der Ritterin. Die hat's gleich bis hinbekommen. Riesige Paladin. Nee, nee, wie soll's da hingehen? Nein, ich muss das Level, glaub ich, zurücksetzen, damit ich überhaupt weitermachen kann. Wieso? Weil die Star-Ride-Anzeige rote ist. Machst du was falsch gemacht? Nö, man kann das Level aber jederzeit wieder neu starten. Da ist noch einer. Flüchen. Nein, nein, nicht ich. Nein, sie. Ja, was? Ich hasse dieses Röschenkleid. Gib mir etwas stilvolleres zum Tragen. Ähm. Das kleine schwarze Röschenkleid. Bikini. Die Zeit ist um. Oh nein, dann geben wir wenigstens noch den Bikini. Klappt? Nein, er trägt den Bikini! Ach so! Ich hab das gar nicht gesehen. Ich hab nur das Pfeifen gehört. Oh Mann, er stellt ihn mir aber gut. Er stellt ihn mir echt sehr gut. Das rote Höschen ist echt sexy. Du solltest das aufsammeln? Ne, aber nicht gleich benutzen! Er steht drauf! Jetzt hat sie ein Bikini angezogen und ich hab die Quest geschafft. Aber sie trägt gar kein Bikini! Okay. Nächstes Mal schauen wir uns noch ein bisschen mehr um im Gänsenfüßchen Schloss. Mein Herr. Mein Herr. Mein Herr. Mein Herr. Mein Herr. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Tschau tschau! Tschau die Hör...